Hallo zusammen! Lass uns ein Spiel spielen! Welches Puzzleteil fehlt? Ist es A, ist es B oder ist es C? Ja, es ist C. Ist es A, ist es B oder ist es C? Ja, es ist B. Ist es A, ist es B oder ist es C? Ja, es ist C. Ist es A, ist es B oder ist es C? Ja, es ist A. Das war's. Das hast du gut gemacht. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und mir ein Like zu hinterlassen. Das war's.